Frauen Ost im Gespräch mit Frauen West über Gewinner und Verlierer, über die Ellenbogen der Starken und die Emanzipation der Schwachen. Das Jugendmagazin Seismo Nachtschicht, heute in Dreisat, natürlich mit viel Musik und Action. Ja, an diesem ersten Märzabend begrüße ich Sie, liebe Zuschauer, herzlich zum ZDF-Programm. Zunächst stellt Tony Marshall seinem Publikum eine ziemlich indiskrete Frage. Wollt ihr Frank? Nein! Wollt ihr Thomas? Nein! Ja, um Himmels Willen, was wollt ihr denn? Tony, 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 Tony! Liebe Zuschauer, wenn Sie das auch wollen, dann schalten Sie doch einfach ein bei Lass das mal den Tony machen. Und hochkarätige Stars sind mit in der Sendung, zum Beispiel die Flippers, Middle of the Road, Paola, Franz Lang, Grit van Jüden, Rocco Granata, Roberto Sacka, Wolfgang Fels, Bianca, der Marinechor, der Schmerzmeerflocken und natürlich unser Stargast, Roger Wittaker. Bei Lass das mal den Tony machen. Und natürlich im ZDF! Na klar. Weiter geht's dann im ZDF um 21 Uhr mit dem Gesundheitsmagazin Praxis. Wir beenden die kleine Reihe Medizin der 90er Jahre. Live-Gäste bei Elke Heidenreich und Rudolf Rathke sind um 22.10 Uhr in der Alten Oper. Klaus von Donani, August Everding, Dieter Wellershoff, H.A. Schuld mit Elke Koska und Reinhard Fendrich. Klaus von Donani, August Everding, Dieter Wellershoff.